Liebe Menschen da draußen, ich habe mich jetzt seit einiger Zeit nicht gemeldet, auch nicht melden können, das hat bestimmte Gründe. Und ich möchte euch bitten, alle die mir auf Facebook folgen, das sind glaube ich um die 25.000 und auch auf YouTube, es sind auch einige Tausende, mir auf Telegram und auf die Plattform Breiten zu folgen. Ich werde versuchen, das hier einzublenden. Das Ganze hat mit 10 S-Uhr und absoluten sonstigen Dingen zu tun und deswegen bitte ich euch auch, das sozusagen auf euch zu nehmen, diese Dinge einzutippen, weil sonst wahrscheinlich die Geschichte auch hier wieder gelöst wird. Ich wünsche euch alles, alles Gute, Gottes Segen und ich werde mich bald eben auf Breiten melden und auf Telegram habe ich das schon zigmal getan. Ganz liebe Grüße, alles, alles Gute, Dr. Eifler.